vielleicht noch ein kleiner tipp für euch so weit ihr euch für dieses tfk 2 pro entscheiden solltet dass man ja einigermaßen so noch auf kriegt auch wenn es mal das neueste sein soll fehlt oft die schlaufe um es quer zu tragen und dann müsste man es so anbringen was natürlich nicht so schön ist wenn man wurde so lasst euch einfach beim änderung schneider hier die lederschlaufen kostet ein 10er da muss man nicht extra noch eine hülle oder was kauft oder ein ganzes messer mit der passenden hülle weil die passen auch nicht so hundertprozentig weil bei weiter ist es wirklich so dass die hüllen immer genau auf das messer für das es gedacht sind die gegenseitig sagt das noch mal schnell lederhülle ich gehe noch mal ein bisschen dichter ran dann seht ihr besser seht ihr hier und dann kann man das wunderbar schön so am gürtel tragen und so rausholen so und so alles mit einer hand kann es auch gleich so rein rein tun dann kriegt man es noch besser so raus